Pipedrive hat jetzt einen neuen Lizenztyp eingeführt, nämlich die Admin-Lizenz. Wir schauen uns heute an, wie man sie vergibt und was sie kann. Also dazu gehen wir als erstes in die Unternehmenseinstellungen und auf Nutzer verwalten und hier wollen wir einen Benutzer hinzufügen, nämlich, ich habe da eine eigene E-Mail-Adresse angelegt, pipedrive-expert.gmail.com. So, vorherige ist natürlich eine blöde Übersetzung. Weiter soll das heißen. Da hier muss ich jetzt draufklicken und sagen, ich möchte diesen Lizenztyp keinem, also dem neuen User, keinen Zugriff auf die Deals geben. Das heißt, er hat keinen Zugriff auf die Daten, aber er soll die Account-Einstellungen bearbeiten können. Das Schöne an der Sache ist, das kostet auch nichts. So, ich klicke auf aktualisieren und möchte den neuen User einladen. Wie gesagt, das kostet nichts. Kann man ruhig machen. Wie schaut das jetzt aus, aus User-Sicht? Also, ich habe da ein neues Fenster. Das ist jetzt mein Test-Tester, der mich da eingeladen hat. Also, ich wäre eingeladen, da beizutreten. Das mache ich doch glatt. Jetzt kann ich mein Passwort aussuchen. Und Create Account. Da, jetzt bin ich Admin. Was kann ich da drinnen alles machen? Also, ich habe natürlich die persönlichen Einstellungen mit Sprache und so weiter. Passwort Login, meine Geräte, Einladungsprogramm. Und dann kann ich in die Unternehmenseinstellungen gehen. Da kann ich auch Nutzer verwalten. Ich habe das Dashboard mit den Sicherheitseinstellungen bei der Professional Lizenz. Das kennen Sie. Ansonsten sehe ich da hier noch nicht dramatisch viel. Also, in Wirklichkeit kann ich bis jetzt die User verwalten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Pipaf in Zukunft solche Dinge hinzufügen wird, wie zum Beispiel, dass der Admin auch Workflows bearbeiten kann, zum Beispiel. Und lauter so praktische Sachen. Also, der Trick an der Sache ist, es ist halt keine produktive Lizenz, weil er eben keinen Zugriff auf die Daten hat. Aber im Hintergrund kann man dann sicher bald einmal einiges machen. Wichtig war mir jetzt noch gleich, dass Sie wissen, wie man neue Admins einlädt, weil unsere Kunden machen das ganz gerne, wenn wir ihnen irgendwas tun sollen im Hintergrund. Das Schöne an der Sache ist, ich kann nämlich dann da hier von diesem Account auch mit dem Support chatten in Ihrem Namen für unsere Schützlinge. Also, so einfach geht es. Bei Fragen www.pd-experts.com